Unsere fünf Aktien, Favoriten 2024, haben sich im ersten Halbjahr sehr positiv entwickelt. Wir können Ihnen auf unserem Buffet eine Performance von minus 5 bis plus 70 Prozent präsentieren. Mehr dazu gerade später. Die bei Kundinnen und Kunden, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Konjunkturängste, die Wahlen in den USA, die Zinssorgen und der Nahostkonflikt haben Anfang August für die Turbulenzen an den Aktienmärkten gesorgt. Wie geht es weiter? Was ist die Einschätzung zu unseren fünf Aktienfavoriten? Wir stehen heute wiederum unsere beiden Investmentadvisors, Marco Botta und Markus Schmid, für diesen Update zur Verfügung. Markus, was ist deine Sicht auf das erste Halbjahr 2024? Es war ein sehr freundliches Börsenumfeld, das erste Halbjahr 2024, mit einem Schweizer SPI, der ungefähr 13 Prozent zugelegt hat, und auch ein europäischer Eurostoxx 50, um die 10 Prozent. Mit diesen Zahlen haben beide natürlich den langjährigen Renditendurchschnitt nach oben geschlagen. Also sehr eine erfreuliche Geschichte. Der beste oder der stärkste Aktienfavorit ist mit Abstand der Acceleron, mit plus 70 Prozent. Noch nicht so hat die Kühne und Nagelmöge. Bis jetzt kann man insgesamt aber sagen, haben wir gute Titel ausgewählt. Danke, Markus, für deine Ausführungen. Unsere beiden Titel vom Alternativ-Szenario Swisscom und Anhäuser-Busch haben sich in diesem Umfeld recht gut gehalten. Swisscom mit plus 10 Prozent ist sehr erfreulich gelaufen. Anhäuser mit minus 2 Prozent hat die Erwartungen bis jetzt noch nicht ganz erfüllt. Jetzt schauen wir bei unseren Favoriten, was in der Tiefe passiert ist. Einer von unseren besten Performern am Aktienmärz Schweiz war Acceleron. Wie steht die Einschätzung von dir, Marco? Acceleron hat auf der ganzen Linie überzeugt. Die Performance hat praktisch jede Schweizer Aktie geschlagen, mit ganz wenigen Ausnahmen. Das Unternehmen profitiert weiterhin davon, dass Reedereien weltweit in effiziente und umweltverträgliche Antriebslösungen investiert hat. Turbolader und Einspritzsysteme für grosse Dieselmotoren sind sehr stark gefragt. Im Vergleich zum Vorjahr hat der Umsatz im ersten Halbjahr um über 14 Prozent zugelegt und der Gewinn ist gar um 89 Prozent angestiegen. Nach dem starken Kursanstieg gehen wir allerdings in Moment davon aus, dass der Titel auf diesen Niveaus konsolidieren wird und unsere Einschätzung zu Acceleron ist halten. Die Aktien vom Logistiker Kühne und Nagel haben bis jetzt noch nicht das geliefert, was wir erwartet haben. Aktuell minus 5 Prozent. Warum das? Es war tatsächlich ein Treten an Ort bei der Kühne und Nagel, vor allem wenn man den Aktienkurs anschaut. Wir haben Anfangsjahr argumentiert, oder sind davon ausgegangen, dass die Frachtvolumen schneller sich wieder erholen, dass die steigen. Und das ist eben nicht eingetroffen. Respektive doch, es ist eben schon eingetroffen in einem von den beiden wichtigen Sparten, nämlich in der Luftfracht. Dort konnte man gerade jetzt im zweiten Quartal die Wartungen übertreffen, aber eben nicht in der Seefracht. Und die Seefracht macht etwa die Hälfte vom Konzerngewinn aus. Das ist also die wichtigste Sparte für Kühne und Nagel und die hat noch nicht liefern können. Das verzögert sich weiter. Wenn man auf Gewinn-Profitabilität schaut, ähnliches Bild. Auch die Luftfracht hat positiv überraschen können. Auf der anderen Seite ist aber eben Seefracht, die nicht mag. Was man als Erkenntnis könnte mitnehmen aus diesen letzten Monaten, ist aber schon, dass man die Normalisierung nach dem Corona-Boom abschliessen konnte. Man hat jetzt quasi im ersten Quartal die Talsohlen durchschritten. Und sieht jetzt erst die scheuche Erholungstendenzen im zweiten Quartal. Das stimmt uns auch zuversichtlich, dass unsere Ideen dann, wenn auch ein bisschen verzögert, noch aufgeht. Also wir setzen weiterhin auf die Erholung von den Frachtraten und von den Volumen. Und wir glauben auch, dass die Aktien insgesamt im Markt eher ein bisschen unterschätzt werden. Und deshalb würden wir so, eben Kürsen da um 260 auch weiter Verkäufe nutzen. Unser dritter Favorit in der Schweiz ist der Baustoffzulieferer Holzim. Wie sieht da die Zwischenbilanz aus? Holzim ist in bester Verfassung. Im zweiten Quartal hat der Konzern trotz einem leichten Umsatzrückgang eine Rekordmarge von 23,2% eingefahren. Die Hauptgründe dafür sind der Fokus auf hochwertige Bauprodukte mit tiefem CO2-Anteil, aber auch die strikte Kostendisziplin. In Lateinamerika sieht Holzim im wichtigsten Markt, Mexiko, goldige Zeiten voraus. Und das auch viele Jahre. Aber auch das Geschäft in Nordamerika brummt. In den Auftragsbüchern sind bereits über 100 Projekte eingeloggt. Im Januar hat Holzim noch überraschend bekannt, dass sein Nordamerikageschäft abspaltet. Weiss man da schon mehr? Die Details, wie es ganz über die Bühne gehen soll, sind noch nicht bekannt. Es wird erwartet, dass im Oktober mit der Publikation der Zahlen für das dritte Quartal informiert wird. Nach der Abspaltung dürfte die Neugesellschaft in Nordamerika Marktführerin sein für Baulösungen. Holzim rechnet damit, dass der Umsatz in den USA von heute rund 11 Milliarden US-Dollar in fünf Jahren auf 20 Milliarden Dollar ansteigen wird. Wir erwarten auch, dass die Quotierung in den USA einen Mehrwert für die Aktionäre einbringen wird. Der Grund und die erwartete Dividendenerhöhung von rund 10% für das laufende Jahr unterstützen unsere Kaufempfehlungen. ASML ist einer von den ganz wenigen europäischen Technologietiteln. Wie hat sich der Titel seit unserer Empfehlung entwickelt? Der Titel ist gestiegen. Etwa 20%. Zwischenzeitlich ist der ASML-Kurs sogar über 1'000 Euro gegangen. Er hat dann aber auch wieder ein bisschen Rücksetzer erfahren. Er ist typisch für Halbleiterwert, die starken Kursschwankungen. Insgesamt ist unser Plan aber bislang recht gut aufgegangen. Nämlich, dass eben die KI-Aktien, also die Unternehmen, die das Thema künstliche Intelligenz spielen, dass die weiter gefragt sein werden, dass dort weiter investiert wird. Das hat man ja auch gesehen bei anderen KI-Aktien. Allen voran Nvidia, die irrsinnig gelaufen ist und im Windschatten eben auch ein ASML, der ja die ganze Infrastruktur für diese Branche liefert. Was man links und rechts ein bisschen gehört hat, teilweise ein bisschen politische Vorstösse, Stichwort Exportbeschränkungen China. Das hat teilweise auch bei den Aktien ein bisschen für unsere Sicherheit gesorgt. Wir würden das aber nicht überbewerten. Wir denken, das ist auch viel Lärm. Der zentrale Punkt aus unserer Sicht ist die hohe Nachfrage, die globale, das Investitionsvolumen, das da in das Thema hineinläuft und entsprechend natürlich auch in die ASML-Geräte. Sollten wir nach dem starken Kursanstieg jetzt weiter dabei bleiben? Ja, wir würden unbedingt weiter dabei bleiben. ASML bleibt in einer herausragenden Ausgangslage mit einem quasi-Technologie-Monopol und mit einem eben sehr hohen Investitionsbedarf weltweit in das Thema künstliche Intelligenz. Jetschipi hat uns ja ein bisschen Vorgeschmack geliefert dort. Ich brauche das Tool ja unterdessen auch fast täglich. Man muss aber schon sehen, in anderen Sektoren, Industrien, steht man noch ganz am Anfang. Und von dem her würden wir den Titel nicht nur halten, sondern wir würden dann bei Kursen um 800 Euro auch weiter kaufen. Die österreichische Firma Andritz ist bei uns noch wenig bekannt. Wie sieht das Zwischenresultat von diesem österreichischen Industriekonzern aus? Der Konzern aus Graz ist solide unterwegs. Performance lässt sich durchaus sehen. Das erste halbe Jahr war durch einen stabilen Geschäftsgang, aber in einem relativ schwierigen Umfeld. Speziell im Bereich Wasserkraft fehlen Grossprojekte. Auf der anderen Seite stellt Andritz einen klaren Anstieg bei den grünen Technologien fest. Andritz setzt darum den Fokus auf Kapazitätsanpassungen und die Steigerung der Kosteneffizienz. Das Unternehmen rechnet nicht mit einer schnellen Erholung der Märkte und geht darum für das 2024 von einem stabilen Umsatzwachstum aus bei gleichbleibenden Margen. Nichtsdestotrotz im Vergleich zum europäischen Industriegüter und Dienstleistungsindex ist das Unternehmen deutlich unterbewertet. Aus diesem Grund sehen wir bei den Aktien auch ein klars Aufwärtspotenzial. Wie würden die Aktien kaufen? Danke Marco, danke Markus für die aktuellen Einschätzungen zu unseren Favoriten. Falls Sie immer auf dem neuesten Stand wollen, dann abonnieren Sie durch unsere Newsletter. Für weitere Fragen und Anliegen stehen Ihnen die beiden Private Banking-Einheiten in Pfäffiken und Schweiz sehr gern zur Verfügung. Jetzt wünschen wir Ihnen im Namen der Schweizer Kantonalbank weiterhin gute Börsengeschäfte und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.